Maxine, Elisabeth, Stacey, Orbe. Willst du mich heiraten? Und sie? Ich bin Imkerin. Tatsächlich? Ja, ich bin tatsächlich Imkerin. In einem Quanten-Multiversum existiert jede Wahl, jede Entscheidung, die du getroffen hast oder auch nicht, in einem unvorstellbar riesigen Ensemble von Parallel-Universen. Honig finde ich geil. Ah ja? Ja, ein Glas Honig, Löffel, göttlich. Und welchen Honig mögen sie? Oh, das ist mir jetzt peinlich. Wieso das? Ihnen das zu sagen ist mir peinlich. Warum denn? Ich mag das richtig fiese Zeug aus dem Supermarkt. Schön in Ordnung.